Und das sind wir wieder mit Titan Quest, juhuhuhuhuhu und wir haben noch einen Kriegerbesieg, bevor wir letztes Mal gecutt haben. Und wir locken wieder ein paar an, das nennt man außerdem Pullen in der Fachsprache. Das machen gerne Tanks und so. Müsstet ihr wissen, wenn ihr jemals ein Online-Rollenspiel gespielt habt. Meldet euch bei mir, wenn ihr Runes of Magic spielt, dann sage ich einfach meine Charakternamen. Oh ja, dann kriegt ihr mich immer voll spammen. Wir haben mich aber nicht zu lieb. Oh verdammt, meine Liebe. Soll ich nachladen? Soll ich Leben nachladen, ja klar. Soll ich Leben nachtanken? Ich würde sagen. Oh, schweig gut. Blut. Warum sind alle Lebensdränke fast immer rot? Weil sie Blut beinhalten. Haha, ich bin nämlich ein Vampir. Ein Vampir-König, der Papa, wer bist du? Schamane, gehend euch, aber ich schon zuhause gekämpft. Früher kamst du mir stärker vor. Nicht mal was gescheites Getroppt, Alter. Das ist ja voll der Nü. Der Schamane meint. Und ich kann wieder Bäume uns sichtbar machen. Das haben sie wirklich gut gemacht mit den unsichtbaren Bäumen. Dum, 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 dum. Okay. Was gibt's Neues bei mir? Das Wetter ist schön. Ja, super. Und wir haben heute den, äh, 10. September, glaube ich. Ja, genau. Nächste Woche muss ich wieder in die Schuhe. Verdammt. Oh, das macht nix. Ich werde natürlich weiterhin den letzten Plänen. Außer es wird mal wirklich zu stressig. Aber zuerst verklappen wir mal die Leute. Hi, Leute. Nette Leute. So, ja. Hast du irgendwas gescheites? Ein Speersbranzen. Verdammt. Ich bin hier nur so durch die Gegend und weiß gar nicht, was ich tue. Kommt mir vor. Keine Sorge. Mir auch. Aber wo ist dieser verdammte alte Knappkrieger? Du bist wieder der böse Tauere. Ich mag dich nicht böse zu taufen. Du bist mir zu böse. Mhm. Mhm. Ah, hallo, Herr Klinsler. Ich machte meinen morgendlichen Spaziergang, als ich auf diese Monster stieß. Als ich mit ihnen fertig war, dachte ich mir, ich sollte ein wenig ausruhen. Okay. Und jetzt irgendwelche Erfahrungspunkte. Nein. Aktualisiert. Ein alter Spat auch noch. Okay. Ich muss einfach nur zurückrennen. Kennt ihr TrueMG? Okay. Kennt ihr sein Lazy Hero Difficult Quest LP? Okay. Daher habe ich das Quest aktualisiert. Eigentlich gefällt es mir mit diesem Pfeil. Ihr wisst, was ich meine, wenn ihr ihn kennt. Und dann so Quest und dann so aktualisiert. Und dann so, wer verklappt denn hier Kriegsveteranen? Oh, verdammt. Ich habe mich hier ein böses Lager von ihnen gewagt. Verdammte Kriegsveteranen. Das hat Türen. Ah, was habt ihr getrappt, meine Freunde? Noch mehr kannst du nicht halten. Oh, ich kann... Warte mal. Ich kann ein paar Schilder, ein paar Bögen in der Ausrüstung. Willst du meine Hand halten? Wo ich schon schilden... Naja. Kann ich dich noch nehmen? Herr Kurtschwertkupfer, Mann. Gut. Okay, wo geht es jetzt zurück zum Lager? Gut, ich bin schon fast dort. Hoffe ich. Hi, Leute. Kann ich euch wieder verschieben? Juhu, ich kann nicht verschieben. Immer noch nicht verreist, Herr und Frau Ochs. Mit Wohnmobil. Ah, ich will die Quartal nur abgeben. BPS, geht es gut? Er steht einfach nur da? Nun, ich hätte es besser wissen sollen, anstatt mir Sorgen wegen Hippias zu machen. Hier, das ist für deine Mühen. Juhu. 500 Erfahrungen. Jetzt muss ich nur noch wissen, wo die Erfahrungen angezeigt werden. Und ich habe schon eine kleine Theorie. Not. No Theorie. Ich kann ja mal wieder Sachen verkaufen gehen, wenn ich schon im Lager bin. 90 Stärke. Okay, das werde ich wohl nicht so bald schaffen. Aber ich behalte es mir erst mal. Genau. Dieses Spiel besteht nur aus Kaufen, Verkaufen und Monster-Cropin. Aber was habe ich mir auch mehr erwartet? Verdammt, das sind alle so stark. Nein, du bist nicht stark. 68. 68. Oh, Geschicklichkeit werde ich nicht skillen. Nein, habe ich gesagt. Nein. Oh nein. Ja, so eine schicke Rüstung. 18 Rüstung, 12 Rüstung. Ach, ich lasse sie mir mal hier. Genau so wie das dann. Und kauf mir wieder zwei Heiltrünke. Oh nein, es wird schon Nacht. Im Spiel meine ich. So, ho, ho, ho. Jetzt weiß ich gar nicht.